hallo moin moin ich grüße euch von sven spotcheck ihr seht ich sitze noch ganz entspannt auf dem balkon aber wir haben noch wenige stunden dann geht es ab zum flughafen nach hannover und wir hoffen dass der flughafen nicht so voll ist wir haben viele komische stories gehört koffer sind da geblieben flieger gehen zu spät wir lassen uns einfach überraschen wir freuen uns tierisch auf den urlaub und ja lasst uns einfach gucken wir werden euch ein bisschen teilhaben lassen in den nächsten tagen ja wir reisen für 20 tage nach siede in unser lieblingshotel in das melas hotel und werden schöne schöne videos machen einmal rund ums hotel ein bisschen durch kumpel ein bisschen durch siede und wir freuen uns schon ganz tierisch auf die lieben freunde die wir da unten haben ja schon mal vorab an bühlen semer hassan fari abdullah und wie sie noch alle heißen ja ich habe kein vergessen fällt mir noch ein ganz ganz liebe grüße schon mal vorab ihr könnt euch darauf freuen ab morgen geht der wahnsinn wieder los ja der sven läuft wieder mit der kamera durch die gegend und wird schöne fotos von euch machen und wir freuen uns schon tierisch auf euch wir freuen uns auch schon auf den transfer mit tj tours wir werden mit denen auch einige ausflüge wieder zusammen machen auch die werden wir hier in videos hinterlassen und neben dem kanal den ich habe sven spotcheck den auch gerne abonnieren und liken dürft gibt es auch die möglichkeit uns zu verfolgen auf facebook ja wir haben eine eigene gruppe dort und dass sven spotcheck ihr könnt mich auch direkt auf meinem profil besuchen das ist sven giesecke und ich würde mich echt freuen wenn ihr uns mit diesem begleitet in den nächsten 20 tagen wir werden viel spaß haben und ja die koffer sind gepackt ihr seht ist jetzt noch ganz relaxed hier auf dem balkon mal gucken wie lange das noch der fall ist ja ein bisschen aufregung ist immer dabei wir sind ganz gespannt wie der flieger heute geht und ja das einfach mal zu dem was wir so vorhaben wie gesagt wir werden ein bisschen shoppen gehen wir werden ein bisschen euch durch die gegend mit fahren mit schönen videos hoffentlich begeistern und ja wir freuen uns einfach tierisch drauf das ist das dritte mal dass wir diezeit in die türkei fliegen ich hoffe es nicht das letzte mal ich weiß es noch nicht ganz genau vielleicht haben wir noch mal vor richtung oktober noch mal runter zu gehen oder vielleicht auch im november dann haben wir wirklich alle vier jahreszeiten einmal durch mal gucken ja was uns so umtreibt ansonsten wie gesagt ich freue mich tierisch auf die nächsten 20 tage und schon mal gruß vorab an alle die uns verfolgen werden seid gespannt wir haben auch noch eine besondere überraschung für euch ihr habt es heute die letzten tage mal verfolgt mein kanal hat jetzt mittlerweile 941 abonnenten habe ich eben gerade noch mal gecheckt und ich hoffe dass wir die 1000 voll machen und zum tausendsten abonnenten werde ich ein ganz besonderes video drehen lasst euch überraschen bleibt einfach dran ansonsten wünschen wir euch viel spaß euer sven verfolgt mich im kanal im facebook im instagram wo immer ihr wollt also macht gut den nächsten bericht kommt vom flughafen